Es hat dann doch länger gedauert als ursprünglich gedacht. Eigentlich wollten die Regierungsparteien ihren Entwurf im Kampf gegen Hass im Netz schon vor einigen Wochen fertig haben. Heute war es dann aber soweit. Gleich drei Ministerinnen und die grüne Klubobfrau präsentierten heute drei große Gesetzespakete, die künftig vielen Arten von Hass im Netz einen Riegel vorschieben sollen. Vor allem durch eine einfachere Durchsetzung der Rechte von Nutzerinnen und Nutzern. Plattformen müssen schneller reagieren und auch der Zugang zu Entscheidungen der Justiz soll schneller gelingen. Treffen will die Regierung vor allem die Online-Giganten Facebook, Google und Co. Doch Gewalt und Hass im Netz nehmen viele Formen an. Eine Studie des Bundeskanzleramts aus dem Jahr 2018 zählt zwar jeden zweiten Übergriff auf Facebook, aber auch über Messenger-Dienste, E-Mail oder Dating-Plattformen werden Userinnen und User Opfer. Die sollen sich nun also besser wehren können, doch es gibt auch Sorgen bei Netzaktivisten und Menschenrechtsorganisationen. Stefanie Leodolter und Harald Jungreitmeier berichten. Je größer die Plattform, desto hemmungsloser die hasserfüllten Kommentare, meinen die zuständigen Ministerinnen. Bis zu 10 Millionen Euro Strafe soll deshalb bezahlen, wer keine direkte Ansprechperson oder kein Meldesystem für Hasspostings installiert hat. Wir wollen die großen Plattformen erreichen. Wir wollen die Großen in die Pflicht nehmen und ihnen einen klaren gesetzlichen Rahmen vorgeben. Es geht uns nicht um die Kleinen und deshalb haben wir hier auch Grenzen eingezogen. Eine Plattform, die über 100.000 User hat, wird betroffen sein. Eine Plattform, die über 500.000 Euro Umsatz macht, das ist die kritische Größe. Genau das sehen Fachleute für Digitalisierung kritisch. Man habe mit der Schrotflinte auf Google gezielt und dabei das halbe Internet getroffen. Wie das im Internet so ist, man wächst sehr schnell und dann hat man auf einmal diese Grenzen des Gesetzes überschritten und hat über 500.000 Euro Umsatz in Österreich erwirtschaftet. Da kann man gleich schon mal irgendwie 100.000, 200.000 Euro davon für die Umsetzung der Verantwortungen des Netzwerkdurchsatzgesetzes ausgeben. Das ist nicht billig und das ist eigentlich ein großer Anreiz, nicht zu wachsen. Ausgenommen sind Handelsplattformen, Wikipedia oder Zeitungsforen. Denn die müssen ohnehin per Mediengesetz schon jetzt Hasspostings löschen. Unterlassungsklagen Die Löschung von Hasspostings zu erwirken, wird künftig leichter. Wer online beleidigt wird, kann über ein Formblatt beim Bezirksgericht innerhalb weniger Tage eine Unterlassung erwirken. Upskirting Heimliche Bildaufnahmen des Intimbereichs, also das Fotografieren unter den Rock oder in den Ausschnitt, sind künftig strafbar. Es droht bis zu ein Jahr Haft. Verhetzung Derzeit ist nur die Hetze gegen ganze Personengruppen strafbar. Künftig wird auch bestraft, wer gegen Einzelpersonen hetzt, weil sie einer Religionsgemeinschaft oder Ethnie angehören. Der Strafrahmen bleibt bei bis zu zwei Jahren. Cybermobbing Hier greift das Strafrecht früher als bisher. Künftig kann bereits ab dem ersten Posting gestraft werden und nicht erst, wenn es fortgesetzt passiert. Medienrecht Die Schadenersatzansprüche für Personen, die von Medien in ihrem höchstpersönlichen Lebensbereich verletzt werden, werden deutlich angehoben. Von derzeit maximal 50.000 Euro auf bis zu 100.000 Euro. Sehr unzufrieden ist die Opposition mit dem Gesetzespaket. Aber immerhin gibt es im Nationalrat genug Zeit, darüber zu beraten. Im Übrigen möchte ich auch als Verfassungsministerin hinzufügen, dass wir ein ordentliches Begutachtungsverfahren abhalten werden. Keine Selbstverständlichkeit in türkis-grünen Regierungszeiten. Regierungszeiten Regierungszeiten Regierungszeiten